Hohe Auszeichnung für Alex Rehack. Der 66-jährige Sänger und Musikproduzent, Urgestein der steirischen Popmusikszene, erhielt heute in der Aula der alten Universität Graz das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Bekannt wurde Rehack erstmals in den 70er Jahren als Sänger der Gruppe Turning Point. Später produzierte er unter anderem für Ketscher Otto Wanz und gründete die Band für Steiermark.